2 zu 1 Niederlage hier in Zwickau aus Fortuna Sicht. Das sah früh sehr böse aus, weil man nach 20 Minuten schon mit 2-0 hinten lag. Am Ende war trotzdem ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen. Wie bewertest du den Auftritt der Fortuna heute? Naja, im Bereich des Möglichen war nur aufgrund des Ergebnisses, ich glaube nicht aufgrund des Spielverlaufs. Du hast schon richtig angesprochen, dass es zum wiederholten Mal und das ist etwas, das kann ich nicht richtig ergründen. Ich kann es ja nur im Nachhinein analysieren, aber nicht in irgendeiner Form richtig einordnen. Es ist zum wiederholten Mal so, dass wir eigentlich nach 20, 25, 30 Minuten eher Richtung Debaten steuern, als hier ein vernünftiges Auswärtsspiel hinzubekommen. Ich will ja etwas Positives sehen. Da muss ich sagen, dass die zweite Halbzeit und die Art und Weise, wie wir da gespielt haben und mutig waren, fast noch belohnt worden wäre. Und ich glaube, wenn wir da weitermachen, sind wir am richtigen Weg. In der ersten Halbzeit haben ein paar Dinge gefehlt, ein paar Prozent in Zweikämpfen, in Wollen, sag ich mal. Und das war uns Zwickauer voraus. Aus meiner Sicht ist es sehr, sehr bedenklich, dass Mannschaften dann tatsächlich auch eine höhere Intensität gehen können, wenn man zum Teil heute die Körpersprache von uns gesehen hat. Und dann diese Gier, diesen absoluten Willen, Zweikämpfe zu suchen, eins gegen eins Situationen zu gewinnen von Zwickau, dann bedeutet das, dass der Gegner eine andere Einstellung, eine andere Hingabe zu der Sache hat. Das ist deswegen bedenklich, weil wir immer noch eine Mannschaft sind, die nicht aufgrund ihrer überragenden futballischen Fähigkeiten zum Völkligaspiel gewinnen kann, sondern da müssen auch andere Faktoren hinzukommen. Das sieht man in Saisonphasen immer wieder und sehr, sehr vorbildlich. Aber leider Gottes haben wir negative Ausreißer, die aus meiner Sicht so auch nicht zu entschuldigen und vor allem nicht zu dulden sind. Wir hatten uns vorgenommen, die nächste Viertelstunde nach der Halbzeit möglichst ohne gegen Tor zu überstehen. Das ist uns gelungen, aber auch mit einer mutigen Art und Weise nach vorne. Folgerichtet hatten wir daraus auch Torchancen. Und ich glaube, das war sowas wie Mut, in die eigenen Fähigkeiten, Vertrauen. Und das muss der richtige Weg sein, auf jeden Fall zu machen. Ich fand, es gab eine Phase, in der wir tatsächlich etwas besser im Spiel waren, in der wir etwas mutiger, auch von hinten heraus gespielt haben und uns nicht immer aufgedreht haben zum Torwart und diesen Alibi-Pass nach hinten gespielt haben, sondern auch mal mutig und halbdiagonal ins Mittelfeld reinkombiniert haben, auch mal ein paar durchsetzende Aktionen am Flügel hatten. Daraus ist dann auch ein Anschlusstreffer resultiert, daraus ist die Riesenschance von Bösing resultiert. Aus einer Einwurfssituation die Chance von Mimbala, wenn dann nicht mit voller Kraft gegen den Ball tritt, sondern einfach nur das Tor anvisiert, dann ist es eine Möglichkeit, irgendwo überraschend den Ausgleich zu machen. Aber nochmal, ich finde, das ist immer so die Bewertung aus der emotionalen Sicht heraus. Aus der rein faktischen Sicht heraus waren wir heute hier unterlegen. War es eher ein 3-4-5-1 als ein 2-2. Und das ist kein gutes Zeugnis, wenn ich bedenke, wie sehr groß der Unterschied zwischen uns und Zwickau in der Hinrunde war. Da hat bei denen eine mega Entwicklung stattgefunden. Und ich muss ganz klar so kritisch mich selbst auch hinterfragen, bei uns eben nicht. Jetzt hat man nächsten Freitag ein Heimspiel gegen Estee Paderborn. Welchen Stellenwert müsst du diesem Spiel bei? Ja, einen großen. Flutlicht mag ich ja sowieso. Wir als Mannschaft auch. Und mehr oder weniger haben wir uns das ja selber eingebracht, dass das nochmal eine große Bedeutung hat für uns, gerade bei eigenem Publikum dann noch. Du hast gerade angedeutet, dass die Fortuna nach Lotte so ein bisschen die Gier verloren hat. Vielleicht auch, weil der Abstand nach unten groß war. Jetzt kriegt man am nächsten Samstag, nächsten Freitag Paderborn zu Hause. Wie eklig kann die Situation noch werden? Ganz schlimm. Also ich sage ganz schlimm, weil wir absolut jetzt wieder mit dem Rücken zur Wand stehen. Paderborn wird heute vom Fernseher jubeln und wird sagen, so das ist unsere ganz, ganz große Chance nochmal in die Saison zurückzukommen. Und selbst eine scheinbar sicher geglaubte Gruppe wie Vorderung an Köln noch einzuholen. Denn unser Restprogramm finde ich es eklig. Und das Restprogramm von Paderborn ist aus meiner Sicht machbar. Wenn die bei uns tatsächlich einen Dreier holen sollten, dann haben wir noch zwei Heimspiele gegen Mannschaften, die vielleicht nicht mehr unbedingt um müssen. Insofern finde ich eine ganz, ganz schwierige Situation, weil wir alles daran setzen sollten, die Dinge noch in unseren eigenen Händen zu behalten. Und derzeit ist es eben so, dass wir ja ständig irgendwo auf andere Ergebnisse schauen. Und ich finde, das ist keine gute Form von Klassenheitskampf. Klassener Halskampf.